das weiß ich nicht man kann ja schon sehr tief tauchen hier am rand ist ja wirklich gar nichts mehr ach nee also jetzt wenn ich links um die angemessen höhe noch oh mein dreck sei du gut dann kann man weiterfahren erfahren wo ist unser anker hey so voll und jetzt werden wir gleich zum wehrwolf das wäre nicht so schön weiß was ich werde nicht zu mir warte aber du kannst mal sand ach so was da reingelegt wir können mal es sagen kann es nicht erforschen wir können mal weißt du was wir kennen weißt du was wir brauchen können pinsel und ne dings hängematte wir können uns mal betten machen ich habe keinen kunststoff mehr wie du das habe ich gerade hingebaut so weit muss meine massage schatz scher mein bett scher 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 Ich sag mal, eine Folge machen wir doch, dann mache ich erstmal gleich wieder Pause. Ja. Dann sind wir das, denn es ist auch die vierte Folge. Tisch, wie lange spielen wir schon? Jetzt seit 80 Minuten. Und hier nehmen wir Zeit. Könnt ihr nachher dann weiterspielen, wenn du willst? Ja. Aber erstmal noch ins Amelette. Aber dann will ich das jetzt auch öfter spielen. Also, abtahe ich Bock durchzuzocken, wollte ich damals schon unbedingt machen. Als die Story noch so klein war, war auch. Ja. Du hast so einen Angeskript. Rechts, wenn er innen ist, aber da kommen wir nicht mehr hin. Ich glaube, man kann gedrückt halten. Oh mein Gott, es scheint ganz gut zu sein. Ich glaube, dass Papnautica keinen Multiplayer hat. Na doch, über so ein extra Ding halt. Ja, aber du hast das Spiel leider nicht. Doch, auf Epic. Ja, dann auch nachher auf Geeks. Oder wenn wir das Spiel hier durch haben. Ich habe mit einem Kollegen, der hat es über Game Pass, wir haben es beide runtergeladen. Bei ihm konnte es der Multiplayer-Launches aber nicht erkennen. Bei mir schon. Dann wollen wir das probieren wir doch nochmal aus. Vielleicht geht der Wolfweiden. Also, eben einer hat es erkannt. Weil ich hätte es mal richtig Bock, den Multiplayer zu spielen. Ich hätte es mal richtig Bock, den Multiplayer zu spielen. Boah, ich hätte Bock allgemein bei Sapnautica zu spielen. Habe ich auch nicht gemacht. Ne, weißt du warum? Wäre das alleine gar nicht so schnell langweilig. Wird genau wie Raft. Raft ist kein Spiel, was man allein getrunken kann. Doch, kann man schon. Ich habe, wenn man keine Freunde hat. Ah. Also wie du. Hey, was soll das heißen? Oh, man kann nicht nur durch die Netze durchfallen. Das ging früher. Das ging früher. Hey. Da kommt ne Kiste. Da kommt ein Floß. Ja, da padde ich jetzt gerade schon seit einer Minute hin. Nämlich seit einer Stunde? Hä? Seit einer Stunde? Ne, seit einer Minute. Seit einer Stunde. Hör auf, mit mir das Teil nachzustecken. Mein Floß kaputt. Und genau, dann greift der Hai an. Und genau, dann greift der Hai an. Wow. Tschüss. Wenn ich die noch kriege. Weißt du, weißt du, weißt du, was ich jetzt hab? Hm. Hm. Richtig. Oh, kann auskommen in der Insel. vielleicht endlich mal tun würde ich schön finden also die story fängt ja eigentlich auch erst an dann fängt die story ja erst an das wird auch ein bisschen dauern bis wir da sind aber wenn wir jetzt so langsamer also tun langsamer finden also vielleicht nachher noch kommen vielleicht mal dass wir wenig so war das los müssen wir ausbauen können das wäre schön wenn wir dann ofen langsam haben ja stimmt schmerzofen ja dafür will ich ja die ganze ton haben nur für den wow ich habe aus dem fast vier planken bekommen diese laufanimation ist auch echt geil ja bin ich eigentlich auch eine frau wieso sind wir eigentlich beide müde ich will noch nicht nur noch nicht so lange doch was bist du stuttgart spät seit 20 minuten liegen 1 zu hinten haha ganz ehrlich also ich wollte es eigentlich schauen habe es den start verpassen jetzt liegen sie 1 zu hinten der 23 sehr schön ohne herzer bielefeld steht es immer noch 90 bielefeld würde noch reichen bielefeld ist gar nicht so weit weg von hier so 30 kilometer von uns ja nur von mir aus kannst du verlieren du bist ja auch die verlieren wir es können alle verlieren oder gewinnen wir es ist egal guckt kein fußball interessiert fußball nicht die nicht die nase mich aber hey paket wow machen wir jetzt nebenbei stadt gebrauch an oder sind wir kurz angegangen jetzt lieber wenn die gucken oder was und dann habe ich wenigstens kommentator hintergrund 1 und 4 anzeigen ja ich dachte kurz ich krieg ganz viel werbung die feste gebrockst aber noch eine 8 sekunden werbung naja ok jetzt habe ich kommentator im hintergrund alles ich würde mich verrückt machen wenn ich nebenbei hinter mir mal labern würde aus dem pferd drin was können wir da mit dieser blöden muschel machen erst mal gerade hier drüben auf weg jetzt da reise ich mich oder scheiße oh jetzt habe ich sie da 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 oder da Ich erinnere mich gerade ein bisschen an Fangen des Lebens mit dem Hakenwerfen hier. Was? Kriegst du die schöne D-Max-Serie nicht? Die ganzen guten Sachen kennst du nicht, ne? Ja. Die Serie, die mal wenigstens interessant sind. Also ich mich gerade frage, Abi. Was denn? Wo kommt dieser ganze Müll hier eigentlich her? Die ganze Welt wurde ja überflutet, laut der Story, also, ja. Ja. Das sagt schon alles. Weißt du, was ich mich frage? Hm? Wie hat es Stuttgart geschafft, in den letzten zwei Spielen in den ersten 20 Minuten jeweils im Gegenteil zu köstchen? Ist letzte Woche auch schon gewesen, letzte Woche konnte ich aber gar nicht sehen. Das hält mich auch nicht. Mich aber! Ja. Von mir aus könnte Fußball auch abgeschafft werden? Nee. Ja. 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 Wir bauen aber jetzt das hier. Warte. Ach, Digga, so ein Troll. Was bauen wir? Ja. Wir bauen aber jetzt das Holz hier. ist das ein finholz? ist es teurer? ich steu ja ein bisschen ist sowas stabiler wo baue ich das denn? oh ich bin am verhungern hier ist ein stein wird schwer habe ich so das gefühl ich könnte dann wenn wir dann später wieder spielen angeln oh ja gute idee die folge war nicht zu ende was die folge? ist mir nicht zu ende ja ja aber jetzt ist ja dann nicht mehr viel und dann kann ich später noch mal ran angeln stimmt nur in der woche müssen wir gucken wie wir das dann wenn wir dann spielen wollen ne weil ich muss ja den ganzen tag arbeiten ja ich bin relativ lang in der schule wie lange denn? 15 uhr wow da bin ich da bin ich noch mitten im arbeitsfieber na egal vor 17 uhr bin ich nicht zuhause na gut du so saft na gut du so saft können wir dann so keine ahnung von 17 bis 7 uhr spielen so 2 stunden keine ahnung ach jetzt habe ich einen fisch gegessen und schön drauf zu legen ja muss man fragen wenn man es macht auf jeden fall nicht aufhören zu spielen na spielen willst du auch plage alter was hast du für ne alter oh ich habe ein scharnier bekommen guck mal nach rechts bitte was hast du für ne insel ähm oh da mag ich hin oh da mag ich hin das ist ein wilkschwein oh nein das ist die erste story insel glaube ich da müssen wir auch hin wir brauchen wir brauchen ressourcen dann können wir da gut die folge beenden dann können wir dann die nächste folge drauf gehen ja ja und für mich ist es noch nicht feierabend ich darf noch die videos noch schneiden ja für mich ist feierabend obwohl zum renner braucht der pro video glaube ich 5 minuten also von daher oh ich habe auch schon einen anker gemacht den stelle ich hier auch schon hin weil ich mich auch mal abgewöhnt habe was denn OBS zu entscheiden zu lassen wieviel das für ne bitrate er braucht oh ja das ist eh gut weil ich habe jetzt ab die bitrate er hat einfach auf 30.000 gestellt und das reicht für full hd ja das würde dein pc wahrscheinlich nicht mehr schaffen keine ahnung das heißt er nimmt mit 30 mb pro sekunde auf ja doch das könnte er schaffen und wenn ich automatisch gab hätte hat er zum beispiel bei war hunter call of the wald mit 300 mb pro sekunde aufgenommen ja man und dann waren die videos mal ganz schnell 80 gigabyte groß längstens ist es 4 gigabyte groß und das ist eigentlich noch ganz in Ordnung warte ich ich höre sache im hintergrund da war das zeug dann schreie und jetzt ein pfiffe schiedsrichter pfiffe konzentriere ich aufs spiel und nicht auf deinen fußball ich würde noch eh noch ein paddeln und fußball gibt es hier drin nicht oh da ist kein milchmann da ist kein riesenvogel oh nein der typ der dieser vogel steine wirft ja geil gehen wir nächste folge jetzt kann ich nicht mehr abbrechen und das anker auswerfen ja so dann würde ich sagen danke mich fürs zuschauen lasst ein abo und ein like damit es euch gefallen hat und der typ hier spricht jetzt gleich in freitod ne während ja dann würde ich sagen bis zum nächsten video das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017